hey freunde damit kommen wir zum busch ranger woche 10 herausforderung phase 1 von 3 nutze essbare verbrauchsgegenstände also wir brauchen drei stück insgesamt ich markiere hier mal wo ich das macht beziehungsweise wo man das machen kann also hier unten bei der butterbude im keller dann hier im misty meadow und hier bei kitty corner wären die verbrauchsgegenstände beziehungsweise die obst kartons so wie gesagt in meinem fall mache ich das hier im misty meadow und zwar direkt hier vorne drin hier unten auf dem boden wäre der erste karton da sind auch schon pilze dann hier schräg gegenüber hinterm tresen hier wäre auch noch ein karton so und da sind kokosnüsse dann ja und damit wäre die aufgabe auch schon abgeschlossen und ich euch damit weiterhelfen konnte dass wir gerne like und abo da bis dahin sehen wir uns zum nächsten clip so